Echt schnell seine Größe, wenn man das vorne sieht, was er für eine Beinarbeiter hat. Das ist schön anzusehen. Und wenn wir gerade von Youngstar sprechen, jetzt auch bei der HSG der Youngstar mit der 15. Jonas Patzl im Spiel, weil er vor Saison beginnt, von Dublerfrag zur HSG-Wechselte. Auch ein Junge mit viel Potenzial.